Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 29.04.2020 und unser DAX, der hat sich ja ordentlich rausgeschlagen, also richtig, richtig, richtig rausgeschlagen, aber wie Sie es schon sehen, was so fliegt, also es gibt fliegende Wader, man sollte niemals nie sagen, wenn wir uns den mit genug Seifenblasen füttert, dann fliegt er vielleicht noch nach oben, aber der ist jetzt erst mal wieder ein bisschen geplatscht, er hat erst mal auf Wasser aufgesetzt und ist schon wieder ein ganzes Stückchen zurückgekommen, also wenn wir mal die letzten Hochs angucken, das lag bei 8.20, da hat er eine Stundenkerze drüber gekriegt, mehr, aber auch dann erst mal nicht, also zumindest auf der Ebene jetzt hier, er ist eine Kerze richtig schön drüber gekommen und dann wurde es langsam dünn im Fenster, so und dann kamen die Amerikaner, Punkt 15.30 und weg war die Kiste, ne, uns hat es jetzt nicht ganz so weit nach unten geschmissen wie hoch, wenn wir aber mal schauen, wo wir den Tagesschluss gestern hatten, war das auf 10.6.95, jetzt stehen wir bei 10.7.23, da wird sich der eine oder andere ärgern, dass er vielleicht oben den Short weggeschmissen hat, ne, ist ja meistens so, ärgert man sich dann, ah, hab ich Stoppflaster nicht gehabt, mach ich die wieder, dann geht man jetzt hier long ohne Stoppflaster, dann guckt man sich den bis hier unten an, ne, solche Geschichten, das kennen sie, brauche ich ihnen nicht erzählen, machen sie es trotzdem, ist wichtig, ja, auch wenn man immer mal nervig ausgestopft wird, ähm, und sonst spielen sie nur auf Glück, ja, wenn sie das immer so machen, dass sie, ähm, dann die Stops rausnehmen, irgendwann erwischt sie der Markt völlig, auf der Kalten peitscht sie 1000, 2000 Punkte entgegen ihrer Erwartung durch und am besten Fall in 1, 2 Tagen, das haben wir nur erst im März gesehen, wie schnell denn ein Markt auch wegkippen kann, ne, äh, von daher bleiben sie schön diszipliniert, gucken wir mal, was wir erreicht haben, 10, 8, 80 haben wir oben gesagt und die 11, 45, das waren so die zwei Punkte, wo wir in den Fokus gesetzt haben, 10, 8, 80, also fast genauer hätte er es nicht machen können, ne, ich glaube 90 ist es geworden oder so, ach, sogar 900, ne, also ein bisschen drüber hat er geschafft, damit ist das Gap oben erst mal zu, ja, also wenn sie sich fragen, welches Gap, das da, ne, von hier nach hier, das ist jetzt zu, und da sehen sie auch, da ist noch ein großes, anderes, also das gäbe jetzt eigentlich einen Witz, aber das hat er zugemacht, ne, es war, da hätte ich, habe ich auch so erwartet, deswegen haben wir die 8, 80 immer mal wieder genannt und, ähm, dann ist hier oben die 10.400 und das ist jetzt schon was, wo wir sagen müssen, oh, 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 da ist ein Vakuum im Markt, ja, also sollte der, zum Beispiel, ne, ich glaube jetzt kommen, in Amerika kommen jetzt unheimlich viele Zahlen durch, heute noch, äh, da bin ich gespannt, wo wir morgen rauskommen, wir machen jetzt erstmal das Video auf der Ebene, ich versuche jetzt nichts einzupreisen, was hier rechts und links jetzt mitkommt, weil das ist der Chart, den wir zur Analyse haben und wir sehen auf jeden Fall erstmal ein gekontertes Neues hoch, so, das, ähm, kann man schon, also wir haben es auch im Dienst geschrieben, ne, dass es so dynamisch gekommen ist, dass man da schon aufpassen muss, dass er jetzt nicht den Trend umkippt und, ähm, hatten dann auch hier gesagt, ja, muss man jetzt beim 800 ein bisschen im Rücklauf aufpassen, ne, wenn er sich von dort, ähm, zu doll wegdreht, dann, äh, ist ja auch ein bisschen was nach unten noch drin und, äh, wir haben jetzt hier erstmal, ja, fast auf, ähm, Abendtief geschlossen, äh, sollte der Markt jetzt hier zum, was haben wir am Mittwoch, zum Mittwoch weiterlaufen, müsste man schon fast sagen, dass der Dienstag ein Turnaround-Ustay war, ne, dass er einfach, ähm, gedreht hat, ne, die Aufwärtsbewegung unterbrochen hat, die er seit letzter Woche anlief und dass der Mittwoch das nun fortsetzt. Ähm, wenn wir mal unten schauen, seht sich hier schon so ein bisschen, dass es schwierig wird, hier den zu lokalisieren, wo er denn hin soll. Wir haben jetzt hier die 10620 und die 10570 und mehr kann ich auf der Unterseite gar nicht mitgeben. Ja, man könnte hier die 650 noch links mitnehmen, aber das ist schon ein bisschen Vakuum und ich bin mir nicht so sicher, dass er da durchgeht, ich weiß es nicht, ich bin gespannt, ähm, ich könnte mir so ein bisschen sogar auch was vorstellen, dass er hier flach zur Seite, echt seitwärts handelt, ne, dass er hier so ein bisschen, vielleicht noch leicht runter sogar unter das Tief geht, ähm, vielleicht aber auch um die 750 eröffnet oder wie auch immer, dann sich nochmal hier runter an, ne, der Skepp gleich wieder zumacht, hier ein bisschen zur Seite macht und dass er das, was er, wenn sie im M5 oder, oder in 15 Minuten schaut oder wo auch immer, eine kleine Zeiteinheit über den Tag heute beobachtet haben, wie der gestiegen ist, dann ist er immer runtergekommen, hat so geflacht und dann ist er so nach oben und hat richtig Schwung geholt und das könnte ich mir hier an der Stelle auch gut vorstellen, wenn er an der 37 stabil bleibt, ne, also wenn er sich jetzt hier gut stabilisiert, gut zur Seite macht und ich sag mal so bis, sagen wir mal, 14 Uhr, immer noch hier steht, also ich glaube, da müsste man lang probieren, weil dann wird er sich aufdrehen, ne, und dann wird die erste lange grüne Kerze wahrscheinlich mit den Amerikanern kommen und dann läuft er ihn durch, dann läuft er ihn durch bis 11.45, 12.000, äh, 11.100, ne, ich weiß jetzt nicht so richtig, wie ich das zeichnen soll, ähm, ich kann ja keinen zeitlichen Trigger setzen, aaaaaaah, wie machen wir das, haben wir, das habe ich so, ihn auch noch nie reingezeichnet, aber ich wäre jetzt, wäre jetzt auch Quatsch, wenn wir, wenn wir von erzählen und, das sind gar nicht markieren, also sollte der sich hier stabil halten, muss man davon ausgehen, dass der wieder hochrennen kann, ja, dass er es weiter macht, so, ne, also wenn, wenn er sowas bringt, kann er gut und gerne, ähm, sich dann wieder nach oben aufdrehen, das sieht komisch aus, oder, haben wir noch nie gezeichnet, aber das ist genau das, was ich meine, ha, so, auf 12.45, ähm, 11.045 und 11.100, so, und dann, wenn er natürlich richtig Bock kriegt, das wäre aber eine Aktion für Donnerstag dann, ähm, vielleicht hier vorlegen, dann schafft er zum Donnerstag die 11.500, ne, also das, das muss man ihm schon auf der Oberseite noch gönnen, ansonsten soll der runter, ja, wir haben, ich tue mich da jetzt auch schwer, Ihnen zu sagen, dass man jetzt hier die, die, äh, 10.620, 10.6, äh, 10.570 long rein muss, weil, hier unten ist halt noch das Gip offen, und so, von der Lage her würde ich schon fast denken, wer macht, also, wenn er ruhig nicht runterkommt, das ist ja, dass ich das Gip zumacht halt, ne, es ist so 4.70, 4.30 eher hochdreht, aber das wäre schon ein bisschen, ja, wäre schon komisch, aber auf, also, es würde dazu passen, dass wir oben einen Fehlausbruch ja letztendlich sogar haben, also, wir sind nicht erfolgreich ausgebrochen, wir sind auf ein neues Hoch, aber wir sind nicht erfolgreich ausgebrochen, das kann noch kommen, ne, das ist nichts, was jetzt, äh, in Stein gemeißelt ist, aber, äh, wenn man dem Dachs das übel nimmt, dann kann er halt da schon noch ein bisschen wegrutschen, ja, und deswegen würde ich schon sagen, sollte tiefer gehen, dass man vielleicht hier sich die, äh, 4.70, 5.70, 4.70 bis 4.30 einfach nochmal anguckt, ich denke, das wäre dann, das wäre dann auch eine interessante Rücklaufzone, ne, also, von daher, das, das ist so ein bisschen meine Erwartungshalte für den Mittwoch, entweder wir haben einen Turnaround-Tuesday gemacht und uns rödelt jetzt wirklich zum Mittwoch ein paar Etaschen tiefer, 6.20, die 6.20 muss man beachten, 5.70 ist wichtig, der kann auch hier schon drehen, aber, das würde komisch aussehen, wenn der hier ausdreht, das ist so, da kommt er bestimmt nochmal hoch und dann runter, also entweder dreht er sich gleich weiter hoch oder geht ein Stückchen tiefer, so, also, so wäre meine Interpretation jetzt, ne, gut, dann können wir hier an der Stelle den Stundenchart schließen, wichtigen Zonen sind, denke ich, klar, haben sie im Blick, und dann können wir, können wir nochmal einen Tagesschart reingucken, Tagesschart, LaPen, was für ein LaPen, ach, Dax, also, das, gucken Sie mal hier oben, warum hat er es nicht gemacht, sind zu viele Long reingegangen, weiß ich nicht, da hätte er sich jetzt keinen abgebrochen, da hochzuziehen, also, es ist jetzt zumindest das erste Mal kein Kontersignal, weil, ähm, es ist noch kein Kontersignal, aber, ah, auf der Ebene, auf der Ebene muss ich zu Ihnen sagen, unterhalb von 6.60 müssen Sie Shorts suchen, weil, also, wenn er die Kerze nach unten ausnagelt, die Kerze nach unten ausnagelt, dann würde er zum Band wieder geschickt werden, und das steht bei 10.2.2.25 runter, also, das sieht komisch aus. Grüne Kerze daneben stellen, wäre kein Problem, sollte aber unter das Tief vom Dienstag fallen, muss man aufpassen, weil dann kann eine Trendumkehr reinkommen, über die letzten Hochs nicht ausgebrochen, ne, direkt verkauft, das neue Hoch, damit das nächste Hoch abgeflacht, also, wenn da jetzt keine grüne Kerze dahinter kommt, das sieht man, sieht man sogar ab und an mal, ne, dass auf so eine Kerze dann trotzdem noch eine grüne dahinter kommt, aber wenn er unten drunter geht, unter 6.60, schwierig, schwierig, aber im Grunde, müsste man sagen, unter 6.60, Short, Richtung 4.70, 2.50, das wären die zwei Ziele, unter 6.50, 6.60, solange er, kein höheres Hoch über 10.900 stellt, wäre letztendlich vom Setup her, dann der Stop Loss, das ist jetzt hier eklig zu handeln, weil das ist echt weit, aber wäre schon so am Ende richtig, ne, also, die Kerze, die mahnt so Vorsicht, das muss man so sagen, ne, gut, ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal rein, gucken wir uns mal an, wie der Mittwoch, reinkommt, können wir auch im Chat dann nochmal kurz dazu was schreiben, ähm, der hat ja heute auch gut durchgerüttelt, also, ich weiß gar nicht, da hat man manchmal eine Stunde nicht hingeguckt, da waren noch 100 Nachrichten drin, ne, das ist schon ein Wahnsinn, aber freut mich, wenn es denjenigen Spaß macht, also, Feedback ist ja weitestgehend positiv, freuen sich alle über die Norm und die Qualität im Chat, und ich bin auch sehr zufrieden, wir haben ja lange, lange, lange überlegt, ob wir sowas überhaupt machen, ne, es haben immer so viele Mitglieder sich gewünscht, und wir haben immer gesagt, ja, wir prüfen das, wir nehmen das auf, gucken uns das an, äh, aber wir haben halt immer gesehen, diese ganzen anderen Chats überall, was das, was das für ein Umgangszon auch ist, ne, und wie, wie, wie katastrophal eigentlich, dass, das auch im Ergebnis dann ist, ne, wenn dann Leute da einfach so, ach, ich weiß nicht, ich, also, da gibt es so Webplattformen, ich, da sitzt man davor, da, da, da kann man nicht mal mehr einen Kopf schütteln, da kann man nur weggucken, ne, auf welchem Niveau miteinander umgekommen, also, ich finde es, weiß nicht, ich finde das, das möchte ich nicht bei mir haben, und ich, deswegen bin ich froh, so wie der Chat läuft, und freue mich für alle, die das positiv für sich nutzen können, gut, okay, ich fange schon wieder an zu faseln, Sie merken, ich habe nichts mehr zu erzählen, deswegen machen wir jetzt hier zu, ich drücke Ihnen die Daumen, viel Erfolg, und dann hören wir uns morgen wieder, ciao.